Tobi! Hi! Ja, eigentlich sollte jetzt hier Azubi Tobi stehen und wollte euch ein neues Produkt empfehlen, aber irgendwie finde ich ihn noch nicht und deswegen werde ich ihn jetzt mal anrufen und mal gucken, wo er denn steckt. Wollen wir mal schauen, weil seine Sendung, er soll sich hier präsentieren und da wollen wir noch mal hören. Wollen wir mal gucken, ob wir ihn erwischen. Hallo Chef? Ja? Ich, äh, ich bin hier draußen am Arbeiten. Ich mach grad hier den Garten, ja, den Garten, ja. Arktis? Ihr, jetzt schon? Ihr habt's doch erst. Oh, Scheiße. Ja, ich, ich komm sofort, Chef, ich komm sofort. Ich bin schon auf dem Weg, ja, ich, ich lauf grad. Ich bin grad losgelaufen. Ja, ja. Ja, ja, ich bin grad. Zehn Minuten noch. Boah, ich bestimmt bist zu viel mal. Schneller kriecht das nicht hin. Ne. Ja, ne, ich bin auf dem Weg. Jo, bis gleich, Chef. Bis gleich. Ja, ihr werdet euch fragen, warum hat dieser Jut grad in seine Handschuhe reingesprochen? Die Erklärung ist ganz einfach. Wir haben nämlich hier die neuen, coolen Hi-Fun Hi-Call Handschuhe und die haben ein eingebautes, ähm, Bluetooth-Headset mit drin. Und das Ganze, ihr werdet es euch sicherlich vorstellen können, funktioniert so, ihr habt hier, mit eurem Daumen, den Lautsprecher drin, den haltet ihr euch ans Ohr und hier vorne mit dem Kleinfinger habt ihr das Mikrofon. Und dann könnt ihr diese coole Comi-Geste machen und, ähm, kabellos mit eurem iPhone oder mit jedem anderen Smartphone, das ihr über Bluetooth verfügt, euren Gegenüber telefonieren. Und, ähm, das Ganze könnt ihr natürlich, mit den Handschuhen könnt ihr auch ganz normal eure Smartphones bedienen, durch das, ähm, speziell eingewobene Material. Und, ähm, annehmen könnt ihr das Ganze, ich hoffe, man kann es sehen, über diesen grünen Knopf, auflegen könnt ihr über diesen roten Knopf. Und, ähm, ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erhellt und, ähm, das Ganze natürlich polafkosch.achtes.de zu kaufen, für 49,95. Und ich werde jetzt mal weitergehen und werde mal zum Chef, weil der erwartet mich schon sehnlichst in seiner neuesten Sendung. Bis später! Link comprised! Für 50,95 www.microsoft.com